Das muss man führerweise sagen. Und aus Österreicher einen Rot bei Fruchtenpfannenmassen reibt ein paar Hieber, eine Dose für das Salz, einen Seier für die Nudeln, einen Tiegel für das Schwalz, ein paar Gabelöffel Messer, eine Kanne für den Tee, ein paar Töller und ein Stanzer für das Erdepimperi. Das Wohne können's kochen, aber eines können's nicht, ihre Füße waschen, ihre Hände und fliegen, sich, 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 sich. Dazu brauchen's ein Laguer, am besten nehmen Sie gleich zwei, weil sonst gibt es in der Früh um des Laguer Streiterei. Einen Wasser, sagt die Frau, kommt bitte, dann wär's doch gescheit, ein Kanister aus Reserve, wo es kein Wasser beten kann. Ein Geschirr, da kommt den Bade durch zwei Hand, ja kein Schwamm. Einen Wasch, da wird was geschirrt, war drei Stück Seife, eine Kraft. Etwas Todereibs und auch dazu gehört, mein Mann kapiert, nicht vergessen eine Kühe, wo das Wasser ausgeprägt wird. Und besser als alles haben, sind sie fertig und fix, nur für eine Reparatur haben sie noch nichts. Dazu brauchen sie eine Nadel, einen Zwirner, Scherer, Trott, etwas Löt, sind voll zerein und irgendwo ein Lumpelkopf. Eine Lötlampen, die brauchen besser, sonst wird das Zinn nicht weich. Und ein Spiritus, das spült in den Lampen, einen Streifen, ein Synthetikum, das Picken und das Pinden, einen Pass, eine Qualität, eine Gesang für 70 Meter unter Platz. Es braucht kein Becken, wo's Mittel braucht, merken sie sich das Draht, weil sonst sehen die Leute gleich, was nach in Urlaub gießen. Wie viele Räume, die aufgericht, die war, 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 die war. Und das Geschirr, das hat ein Lärm gemacht und der Reif hat vor ein Boot und da kommt der blöde Schramm und sie geht auf eine Tür. Und wir müssen bloß mit Bremsen und die Flügel zu uns. Auf die Groben sind wir gesessen und wir konnten uns den Tranz und waren die Nuren, ob ich gefragt, die uns am Schoß gelegen sind. Dass der Schramm wieder oben war, haben wir erst gar nicht erblickt, weil das Haus am Blas, das hat den ganzen Wind schon zu sehen. Wenn man dann am Semmeln regt die Luft, war aber Mist, weil uns das spiel in uns ausgeruht. In der Kurve hat das Sonnenschirm sich oft, und die war mit den ganzen Nudeln, sind am Punkt, ich glaube, die Gabel leider nicht. Unsere Fahne-Story hat ein warmes Gehörgewicht verloren, da hat dieser Rao-Fahrer von der Stange aufgegeben worden. Doch das hat ihm nicht viel ausgemacht, haben wir später dann erfahren, denn da war ja sowieso mit all den Gehörchen strechen. Doch mit uns dann runterfall, das haben wir dann mit Rot und die Stangenpumpen, selbst es ist schon gut, wenn wir gerade ankommen. Und in allen, wenn da kommt schon eine Ruhe, dann fahre ich nicht einmal durch, ich brauch keine Ruhe. Und die Läste, die wir noch mit der Hand, die Füße sind nicht gezogen, wird der Reiz und sich zu flüßen, gibt's Getriebe einigflogen. Doch die Kürtel, der von der Füße sind wieder da, hat gesagt, der Volk, hat schon den Weg an seiner Tüße da heim gemacht. Doch die Läste, der Volk, hat schon den Weg an seiner Tüße da, hat das Synthetikum wiederholen, das ganz von Zöberzauberpick. Und mit Läste, der Kürtel, der von der Füße an der Muhr, hat das Kürtel, der von der Welt verdammt, warum ein Kieler Brötter gab, den vom Käffing haben wir ihn für ohne ewig. Bravo, bravo, bravo.